Dann beende ich das auch meinetwegen. Moin Leute und herzlich willkommen hier zur achten Folge zu Wife Ideals. Und wie ihr seht, stimmt hier irgendwas nicht. Ich bin an der falschen Stelle. Hier ist unser altes Haus. Und ich habe keine Sachen mehr im Inventar. Ich glaube, das kommt daher, dass einmal der Admin, also der Besitzer von diesem Server, hat einmal die Version geändert. Von 1.2 auf die 1.9. Da hat aber alles noch gestimmt. Und jetzt ist es wieder, glaube ich, zurück auf der 1.2. Und jetzt habe ich nichts mehr. Ich muss sagen, das ist echt cooler Shit. Und was ist das hier? Oh nein. Ja. Und wir wurden auch noch gegrieft. Richtig toll. So. Jetzt frage ich euch Leute, findet ihr sowas echt lustig? Einfach zu griefen? Ich meine, wir geben uns hier wirklich Mühe, was aufzubauen. Und dann kommt hier irgendjemand hin und grieft. Und wie ihr seht, hier alles kaputt, zerstört. Ja, genau. Komm, ja, Creeper. Komm, komm. Zerstör es auch noch. Ja. 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 Ein bisschen Eisen. Ein bisschen Gold. Ein paar Diamanten. Und wisst ihr, wir haben uns hier wirklich scheiße viel Mühe gegeben. Also ich zumindest. Ich wollte mir wirklich was Schönes aufbauen. Und dann passiert hier sowas. Also. Ich frage mich ganz ehrlich, Leute. Findet ihr sowas lustig? Und das möchte ich gerne auch in den Kommentaren hören. Ob ihr das echt so lustig findet. Ich verstehe es nämlich nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Ach, Mann. Vor allem, ich habe jetzt gar kein Bett hier. Habe ich irgendwo ein Bett übersehen? Nee, habe ich nicht. Ganz toll. Ja. Griefing for life. Fick dich. Entschuldigung. Das hat man natürlich nicht. Äh. War das schon oder? Nicht. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Toll. Ja, los. Stirb. Das heißt, Leute. Alles, was wir vorher gemacht haben, könnt ihr vergessen. Wir resetten das Projekt praktisch. Noch einmal. Ach, warte. Äh. So. Jetzt kommen die Zombies wenigstens eben nicht hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn es wieder Tag ist. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Hat doch gar nicht so lange gedauert. Und jetzt beginne ich einfach mal, das Haus zu restaurieren. Mein Gott. Und wenn sowas ist, dann habe ich überhaupt keinen Bock mehr dazu. Oh ne Scheiße. Ich frage mich manchmal, könnt ihr solche Menschen verstehen? Finde ich dir das jetzt lustig, was er gemacht hat? Oder regt ihr euch das auch ein bisschen auf? Oder das würde ich einfach mal gerne wissen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin euch auch nicht böse, wenn ihr jetzt sagt, boah, Mann, das ist doch ein super Gag. Bin ich euch nicht böse drüber. Mein Gott, ich will wirklich eure Ehre alle gemeine hören. Nur mich regt das immer ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann. So. Dann funktioniert das schon mal wieder. Hey, die Ecken hat jetzt glaube ich so. Ne, das war ich. War ich das? Ja, ne? Ja. Okay. Ähm, jetzt brauchen wir wieder Holz. So. Greifst du mich an, Spinni? Scheint nicht so. Schön, wenn ich ein bisschen, ähm, verschnupf klinge, etc. Weil genau das bin ich. Immer noch. Mir geht's nicht wirklich viel besser. Aber ich wollte halt eigentlich gerne mit einer Folge aufnehmen. Und, ähm, dann wurde mir halt gesagt, dass hier etwas passiert ist. Und in dieser Folge wäre ich eigentlich gerne zurückgelaufen. Hier. Aber dann bin ich ja gerade auf den Server gekommen und wir haben gar nichts mehr. Und, äh, wir wurden gegrieft. Geile Sachen. So. Okay. Hier habe ich ein bisschen Holz weg. Oh, Mann. Mh. Den brauchen wir auch weg. Okay. Das heißt, es ist jetzt sowas wie ein, wie ein Restart. Restart vom Projekt. Ich könnte mal sagen, ob wir vielleicht wo ganz anders hingehen sollen, weil das hier nicht ganz so schön ist. Weil ich finde die Erde auch nicht so schön hier. Wir haben ja ein paar schöne Stellen auf unserem Weg gefunden, durchaus. Ob wir vielleicht unsere ganzen Sachen woanders bauen sollen. Das wäre ja auch... Ne, gar nicht so dumm. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also diese Folge werde ich jetzt erstmal das Haus zu Ende aufbauen. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Wenn ihr Vorschläge habt, immer gerne damit in die Kommentare. Weil ganz ehrlich, was hindert denn jetzt den Typen daran, das nochmal zu machen? Das frage ich mich die ganze Zeit. Was hindert den da jetzt daran, wieder rauszugehen und uns wieder alles zu zerstören? Also... Ich weiß nicht, ob es da schon fast sinnvoller ist, sowas wie eine Whitelister hinzuführen. Na klar, die IP geben wir so öffentlich nicht bekannt, aber irgendjemand muss sie ja weggegeben haben, die IP. Oder es war jemand von uns. Und wenn das jemand von uns war, dann würde ich total ausrasten. Und wenn jemand einfach so die IP rausgegeben hat, obwohl der Kerl dann anscheinend nicht vertrauenswürdig war, dann würde ich auch ausrasten. Also... Keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen. Stützpfeiler sind aus Eichenholz. Was machst du in unserem Haus? Hallo, Spenny. So, zack. Ähm... Ey, wieso greifst du mich an? Wieso? Hier. Alter. Wieso hat sie mich angegriffen? Verstehe ich nicht. Egal. So. Oh Gott. Oh Gott. Zwei Herzen. Ähm... So. So war das, glaube ich. Das Glas fehlt jetzt noch, ne? Okay. Okay. Ähm... Werkzeug, ich brauche jetzt Werkzeuge, als nächstes. Achso, die Werkbank habe ich, glaube ich, abgebaut, ne? Ja. Da, Werkbank. Zack. Zack. Ähm... Zack. Wir brauchen Stein. Dafür brauche ich aber noch mehr Holz. So. Jetzt brauchen wir ein bisschen Stein. Ähm... Ja, genau. Werde. Gute Idee. Spring einfach von oben runter, weil dann bist du nur endgültig tot. Ach, bin ich blöd hier manchmal. So. Ich weiß nicht, ob das jemand im Game Mode gemacht hat oder ob jemand tatsächlich sich die Mühe gemacht hat, hier reingegangen ist, sich Sachen zusammengecraftet hat, um das hier zu machen. Weil Sandstein hatten wir, glaube ich, nicht in der Kiste. Also, ganz ehrlich, wer das gemacht hat, der war echt hobbylos. So. Na, na, na. Dann wird das auch fertig. Ähm... So. Okay. Ah, kleinen Moment wieder. So, und da bin ich auch schon wieder. Ich musste mal kurz einen kleinen Cut machen. Entschuldigung. Und das war jetzt sehr schlau, um auch noch Fallschreiben zu kassieren. Wow. Bin ich intelligent. Ähm... Jetzt ist es schon wieder Nacht. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Das regt mich ja schon auf, ne? Egal. Ja, komm. Wir müssen da jetzt durch. Das heißt eben auch... Dass man auch mal andere Sachen tatsächlich... Es sind mal Sachen passieren, die man nicht plant. Und... Wie zum Beispiel zergrifft werden. Ohne Mist. Ich hoffe, der, der das jetzt gemacht hat, hat jetzt seinen Spaß gehabt. Und das war's. Ich glaube... Also, entweder... Ähm... Er hat eine ziemlich komische Art, hier was auszuheben. Oder, so wie jemand sich hier hochgebaut hat, wurde das mit TNT-Gitarrensprengt. Und das tut mir leid, hat er garantiert nicht geformt. Das heißt, derjenige war wohl im Game-Mode. Ach, Mann. Egal. Komm. Ich rieb mich da jetzt nicht weiter drüber auf. Jetzt ist es halt so. Äh, nein. Kann man es jetzt ja eh nicht mehr, ne? Jetzt ist es halt passiert. Ich frage es nur... Wenn das normal passiert, ob ich dann überhaupt weiterhin Lust habe auf dieses Projekt. Muss man dann schauen. Ich finde, wenn jetzt hier jemand draufgekommen wäre... Und dann, keine Ahnung... Äh, die Kirste leer geräumt hätte, dann Schild hingestellt hätte, aber uns später Bescheid gesagt hätte, wo die Sachen sind, weißt du? Das hätte ich dann eventuell sogar lustig gefunden. Aber einfach die Sachen zu zerstören. Ohne Grund, die wir uns aufgebaut haben. Ne. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wie Leute daran Spaß haben können, anderen Leuten den Spaß zu nehmen. So. Jetzt kann ich ja hier... Äh, den Stein hinsetzen. So. Äh. Wir sitzen jetzt eigentlich keine Monster in der Nähe. Das ist doch normal. Ach, was gibt Monster? Die sind nur nicht auf der Karte drauf. Wie die da vorne zum Beispiel. Okay. Dann mache ich meine Base erstmal wieder oben. Weil das ist momentan am geschützten, der Bereich. Hier unten ist ja noch überall die Geläse offen. Da kann theoretisch schon wieder ein Creeper kommen. Wir wieder alles wegsprengen. Und das möchte ich gerade nicht ganz so gerne. So. Zack, zack, zack. So. Dann habe ich jetzt alles jetzt mal wieder so weit. So gut. Was ich jetzt machen konnte... Tötet hier auch mal rein. Fackeln. Sollten wir vielleicht hier auch mal wieder ausleuchten. Sonst spawnt hier drinnen gleich was. Das heißt, wir müssen da nochmal den Boden ausbessern. Wir müssen hier das nochmal alles ausbessern. Und hier möchte ich den Zaun eh noch weg machen. Okay. Dann würde ich mal sagen, ihr seid jetzt in der heutigen Folge einmal darüber informiert worden, was hier passiert ist. Ich habe das wieder größtenteils aufgebaut. Und dann überlege ich mir, was ich bis zur nächsten Folge mache. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ich mit dem Projekt weitermachen soll. Oder nicht. Könnte auch sein, dass ihr es total blöd findet, das Projekt. Dann beende ich das auch meinetwegen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Wenn es hierbei ist, dann bis zur nächsten Folge Survive Idiots. Oder von meinem anderen Projekt. Aber dann, bis dann. Tschüss.